Ingrid Bergmann war zweifellos eine der bedeutendsten Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Talent und ihre Schönheit eroberten die Herzen von Millionen von Menschen weltweit. Doch hinter dem glänzenden Scheinwerferlicht und dem Ruhm verbarg sich ein tragisches Leben, das von Kontroversen, Skandalen und persönlichen Herausforderungen geprägt war. Ingrid Bergmann wurde am 29. August 1915 in Stockholm, Schweden, geboren. Ihre Eltern waren künstlerisch und kulturell interessiert, und Ingrid entwickelte früh eine Leidenschaft für die Schauspielerei. Bereits in ihrer Jugend zeigte sie ein bemerkenswertes Talent für die Bühnenkunst, was sie zu einem vielversprechenden Nachwuchstalent machte. Ihre ersten Schritte als Schauspielerin machte sie auf schwedischen Bühnen, wo sie ihr schauspielerisches Können verfeinerte und ihre Fähigkeiten weiterentwickelte. Dabei wurde schnell klar, dass hier eine außergewöhnliche Begabung heranwuchs. Ihr Aufstieg zum internationalen Ruhm begann, als sie 1939 nach Hollywood kam. Ihr erster Hollywood-Film, Intermezzo, war ein großer Erfolg und markierte einen Wendepunkt in ihrer Karriere. In diesem romantischen Drama spielte Ingrid Bergmann die Hauptrolle einer talentierten Geigerin, die sich in einen berühmten Dirigenten verliebt. Ihre schauspielerische Leistung war herausragend und beeindruckte nicht nur das Publikum, sondern auch die Kritiker. Ingrid Bergmann etablierte sich schnell als führende Schauspielerin und erhielt mehrere Oscar-Nominierungen für ihre herausragenden Leistungen in den folgenden Jahren. Ihr Talent und ihre Vielseitigkeit machten sie zu einer gefragten Darstellerin, und sie arbeitete mit renommierten Regisseuren und Schauspielern zusammen. Ihr Name wurde zum Synonym für exzellentes Schauspiel, und sie erlangte weltweite Anerkennung. Ihr Durchbruch in Hollywood war nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein wichtiger Moment in der Geschichte des Films. Ingrid Bergmann setzte neue Maßstäbe für Schauspielkunst und wurde zu einer Ikone des Silberbildschirms. Ihr Aufstieg war ein beeindruckendes Kapitel in der Filmindustrie und der Beginn einer Karriere, die die Welt verzaubern würde. In den 1940er Jahren führte Ingrid Bergmann scheinbar eine glückliche Ehe mit ihrem ersten Ehemann, dem Arzt Petter Lindström, und sie waren Eltern einer Tochter namens Pia. Doch ihr Leben nahm eine dramatische Wendung, als sie den italienischen Regisseur Roberto Rossellini traf. Die Begegnung mit Rossellini führte zu einer intensiven Romanze, die nicht nur die Schlagzeilen der Klatschpresse beherrschte, sondern auch ihre Karriere bedrohte. Die öffentliche Reaktion auf diese Beziehung war heftig und führte zu einem der größten Skandale in der Filmgeschichte. Ingrid Bergmann wurde von der amerikanischen Presse und der Moralvorstellung ihrer Zeit verurteilt. Sie wurde als Hollywoods Batgirl verschrien, und die Affäre mit Rossellini führte zu einem erheblichen Ansehensverlust. Die moralischen Standards in der Nachkriegsjera waren streng, und eine Scheidung und eine neue Beziehung außerhalb der Ehe galten als inakzeptabel. Ihr Ehe mit Petter Lindström endete in einer Scheidung, und Ingrid Bergmann heiratete später Roberto Rossellini. Dieser Skandal hatte schwerwiegende Auswirkungen auf ihre Karriere in Hollywood, und sie wurde in den USA für einige Jahre boykottiert. Der Skandal und die Kontroversen um ihre Beziehung mit Rossellini war ein schmerzhafter Teil ihres Lebens, der jedoch auch zeigte, dass sie bereit war, ihre persönlichen Überzeugungen und Gefühle über gesellschaftliche Erwartungen zu stellen. Es war eine Zeit des Umbruchs und der persönlichen Entfaltung, die das Leben und die Karriere von Ingrid Bergmann nachhaltig prägen sollte. Nach den turbulenten Jahren, die von ihrem Skandal und ihrer Beziehung mit Roberto Rossellini geprägt waren, verlagerte Ingrid Bergmann ihre Karriere nach Europa. Dort arbeitete sie eng mit Rossellini zusammen und spielte in mehreren seiner Filme. Trotz der Kontroversen und des öffentlichen Aufschreis bewies sie erneut ihr schauspielerisches Talent. Ihre Auftritte in europäischen Produktionen fanden Anerkennung bei Kritikern und Publikum gleichermaßen. Ingrid Bergmann zeigte, dass sie sich nicht von Rückschlägen unterkriegen ließ und dass sie nach wie vor zu den besten Schauspielerinnen ihrer Generation gehörte. Ihre Rückkehr nach Hollywood in den 1950er Jahren war von großer Bedeutung. Ingrid Bergmann gewann einen weiteren Oscar für ihre beeindruckende Rolle in Anastasia. Dieser Erfolg markierte nicht nur ihre persönliche Wiederauferstehung, sondern auch eine triumphale Rückkehr in die Hollywood-Glanzlichter. Ihre erneute Anerkennung und die Wertschätzung ihrer schauspielerischen Leistungen machten sie zu einer der angesehensten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Ingrid Bergmann hatte bewiesen, dass sie nicht nur mit außergewöhnlicher Begabung, sondern auch mit Charakterstärke und Beharrlichkeit gesegnet war. Ihre Rückkehr zum Ruhm war ein inspirierendes Kapitel in ihrer Karriere und zeigte, dass sie trotz persönlicher Turbulenzen und Skandale zu den großen Ikonen des Films gehörte. Ihre Beiträge zur Filmgeschichte werden immer in Erinnerung bleiben. Trotz ihrer Wiederauferstehung in Hollywood und einer beeindruckenden Karriere hatte Ingrid Bergmann mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen, die letztendlich zu einem tragischen Ende führten. Im Jahr 1982 wurde sie von Brustkrebs getroffen, eine Krankheit, die ihr Leben dramatisch verändern sollte. Der Kampf gegen den Krebs war lang und schmerzhaft. Ingrid Bergmann zeigte eine bemerkenswerte Tapferkeit und Entschlossenheit, doch letztendlich konnte sie den Krebs nicht besiegen. Am 29. August 1982, an ihrem 67. Geburtstag, verlor die Welt eine der größten Schauspielerinnen der Filmgeschichte. Ihr tragischer Tod hinterließ eine Lücke in der Filmwelt und trauende Fans auf der ganzen Welt. Ingrid Bergmann wurde nicht nur für ihre schauspielerische Brillanz, sondern auch für ihre Stärke und ihren Mut bewundert. Ihr Leben war von Höhen und Tiefen geprägt, und ihr tragisches Ende war ein herzzerreißender Abschluss einer bewegten Lebensgeschichte. Ingrid Bergmann wird immer als eine der größten Schauspielerinnen der Filmgeschichte in Erinnerung bleiben, und ihr Vermächtnis lebt in den Herzen ihrer Bewunderer weiter. Ihr Leben und Werk sind ein beeindruckendes Beispiel für die Kraft und das Erbe einer unvergesslichen Frau des Films. Das Leben von Ingrid Bergmann war zweifellos von Höhen und Tiefen geprägt. Ihr Aufstieg zum Ruhm, die Skandale und Kontroversen, ihre Rückkehr zum Erfolg und das tragische Ende, all das macht ihr Leben zu einer faszinierenden Geschichte. Ingrid Bergmann wird immer als eine der größten Schauspielerinnen der Filmgeschichte in Erinnerung bleiben. Wenn Sie mehr über das Leben und Werk von Ingrid Bergmann erfahren möchten und keine unserer zukünftigen Artikel verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Wir werden Sie weiterhin mit spannenden Geschichten und Informationen über die Welt des Films versorgen. Wir werden Sie weiterhin mit dem Schauspielerinnen der Filmgeschichte in Erinnerung bleiben, und wir werden Sie weiterhin mit dem Schauspielerinnen der Filmgeschichte in Erinnerung bleiben.